Mega Update für alle Diablo 4 Fans. Ein wirklich großes Update wurde von Blizzard verabschiedet. Ich erzähle euch alles darüber, bleibt dafür unbedingt dran. Liebe Leute, mein Name ist Fragner, dir dreht sich alles rund um Open World Games. In der Regel bleibt also sehr gern mit einem Abo mit dabei, seid ihr herzlich willkommen. Und Blizzard hat es vor ein paar Tagen schon getan. Ja, am 14. da haben sie erzählt von massiven Änderungen, von einer Feedback-Schleife. Und da muss man sagen, ja, cool. Also hätte ich persönlich so nicht erwartet, dass Blizzard wirklich auf so vieles eingeht. Und wir schauen uns an, okay, was haben sie im Detail jetzt verändert? Was haben sie gemacht an Changes für das Hauptspiel, was dann jetzt bald endlich rauskommt? Im Juni ist es ja schon soweit. Ich freue mich wirklich unglaublich. Und ich will auch gar nicht erst auf das Vorgeplänkel eingehen. Sie sagen ja auf jeden Fall nochmal Danke für das Feedback. Die ist das Ananas. Eine der am meisten gefragten Änderungen kommt tatsächlich und zwar die Änderung von Dungeon-Layouts. Das Ganze war natürlich schon lange im Gespräch und ein, ja, wirklich großer Bedarf. Backtracking. Die ganze Zeit rumgehen, irgendwas holen, zurückgehen. Wir haben da jetzt wirklich eine Verbesserung. Hier haben wir einige Dungeons, wo ja vor allem Layout-Updates wohl jetzt stattgefunden haben. Das heißt, wir müssen uns eventuell ein bisschen umstrukturieren in der Release-Fassung von Diablo 4. Das kriegen wir aber sicherlich hin. Und wir haben auf jeden Fall eine erhöhte Chance, dass Events in den Dungeons passieren. Und zwar vorher 10 Prozent. Jeder zehnte Dungeon. Jetzt haben wir 60 Prozent. Das heißt wirklich einige, ja, mehr als jeder zweite Dungeon hat ein Event. Auch im Dungeon selber gibt es einiges an Updates. Zum Beispiel, ihr kriegt jetzt Ressourcen beim Animus sammeln. Übrigens, Shoutout an alle Assassin's Creed Fans. Die Zeit für diverse Aktivitäten in den Dungeons ist reduziert worden. Zum Beispiel auf 0 Sekunden von 3 oder von 3 auf 1,5. Wir haben hier wirklich jetzt eine enorme Verbesserung. Außerdem, wenn ihr irgendwas rettet, ja, Rescue Objectives, dann bekommt ihr jetzt eine Health Potion, sobald ihr das Ganze komplettiert. Ja, das Tragen einer uralten Statue, eines Blutsteins, einer mechanischen Box oder eines Stone Carvings, gibt ihr jetzt einen 25-prozentigen Movement Speed Bonus und vor allem auch für deine nahen Verbündeten. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Veränderung, dass wir da einfach schneller unterwegs sind. Ihr seht also sehr, sehr gute Veränderungen für die Dungeons, die ja auch das Late Game darstellen werden. Da ist es wichtig, dass sie Spaß machen und da gibt sich mit Blizzard jetzt schon vor Release Mühe. Und nach Release werden sie sicherlich auch auf das Feedback weiter eingehen. Denn man muss natürlich sagen, ja, sie wollen den Season Pass verkaufen und das verkauft sich nur, wenn die Leute dranbleiben. Ein einmaliger Verkauf genügt Blizzard da nicht. Ja, auch zu den Klassen gibt es einiges an Neuigkeiten, vor allem für die Stun-Effekte, die Freeze-Effekte gibt es ein kleines Update. Das Ganze kann jetzt doppelt so lang auf Elite-Gegnern halten, bevor sie dann unaufhaltbar werden. Diminishing Return nennt man das Ganze, wurde verändert. Außerdem wurde nochmal auf die Klassen-Skills aller Klassen geschaut. Das Ganze gebalanced, vor allem mit Control, mit CC und die legendären Fertigkeiten haben einige Updates bekommen. Was genau, wissen wir noch nicht. Zum Barbar. 10% weniger Schaden bekommt ihr jetzt als Barb, das schon mal flat. Also ein großer Buff. Allerdings sind jetzt einige Skill-Trees auch wieder verschlechtert worden, um das zu kompensieren. Also, ja, kann ich mir vorstellen, dass jetzt irgendwie ein Demo schaut oder so. Vielleicht etwas schwächer ist. Der Wirbelwind macht jetzt mehr Schaden, konsumiert aber auch mehr Wut. Und der Double-Swing-Skill kann jetzt quasi unendlich auf Gestunte oder Knockdown-Enemies machen. Durchgeführt werden wäre vielleicht ein passenderer Terminus. Das Ganze läuft jetzt auf jeden Fall unendlich, wenn die CC-Chain da stimmt. Ja, für den Droiden ein großes Update. Heavily Increased Damage für Companion-Skills bedeutet stark erhöhter Schaden für alle Begleiter. Das klingt doch mal sehr, sehr gut. Hat man den Droiden mit dem Nekro verglichen, war das lachhaft, was die Wölfe gemacht haben versus Nekro. Also auf jeden Fall gut, dass da ein Buff kommt. Außerdem haben alle Ultis vom Droiden jetzt reduzierte Cooldowns. Ja, und wenn ihr einen Nicht-Shapeshifting-Skill verwendet, dann werdet ihr jetzt wieder in eure menschliche Gestalt zurückverwandelt. Klingt mehr nach einem kleinen Bugfix. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass der Droide gebuft wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, der Nekro kriegt einen Nerf und das war natürlich notwendig. Summoned Minions will die more often und euch beschworene Minions, die sterben jetzt häufiger. Deswegen müsst ihr mehr beschwören. Ja, ihr habt also weniger Global-Cooldowns frei. Zum Beispiel für eine Corpse-Lance. Ne, wie hieß das Skill-Nummer? Skill-Nummer? Ich glaube Knochenlanze. Müsst halt häufiger beschwören. Dann wurden einige Dinge im Buch der Toten verbessert tatsächlich. Ja, das ist jetzt wieder die Umkehrseite. Dass da dann die Minions wahrscheinlich stärker sind, weiß ich nicht. Corpse-Explosion wurde genervt. Ja, klassische Kadaver-Explosion, Leichen-Explosion. War ja schon in Diablo 3 völlig OP. Und in Diablo 4 war es auch sehr, sehr stark. Wobei ich sagen muss, ja, Knochen-Sperr fand ich dann nochmal stärker. Und die Helligkeit von Skeletal Warriors und Mages wurde reduziert. Das heißt, es ist weniger blinkend auf eurem Bildschirm. Für den Rogue gibt es auch ein paar Änderungen. Zum Beispiel wurden die Täuschungsskills mit besseren Boni versehen. Auch einige passive Skills haben ihre Boni verbessert bekommen. Ja, und grundsätzlich wurde der Cooldown von Imbuments Skills verlängert. Das ist also ein Nerv. Auch in der Kritik war natürlich der Zauberer oder die Zauberin. Und Heinz vorab, das wichtigste vorab, der Kettenblitz wurde genervt. Er ist jetzt nicht mehr so stark. The Chain Lightning has reduced damage. Und vor allem gegen Bosse ist er schwächer. Ihr erinnert euch an diese Ping-Pong-Videos. War absurd. War ziemlich krass. Dafür wurde aber der Charged Bolt stärker. Der Feuerzauber. Die sind jetzt auch scheinbar mit einem, ja, Verzauberungsbonus versehen worden. Denn der Cooldown, der dauert jetzt etwas kürzer. Feuerwände spornen jetzt unter Gegnern etwas häufiger. Ah, da könnt ihr angespornt werden, wie der Jungspund sagen würde. Und die Meteore, die kommen auf jeden Fall häufiger bei der Meteor-Verzauberung. Sehr nice. Blizzard äußert sich auch vor allem nochmal einzeln zum Nekro. Dass die Minions jetzt schwächer sind, soll auf jeden Fall für eine bessere Balance sorgen. Häufiger beschwören. Bedeutet weniger andere Skills benutzen. Bedeutet weniger Schaden-Output in Total. Und du brauchst natürlich dann auch einen höheren Kill-Speed, um ständig diese Leichen zu haben. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Generell wollten sie auf jeden Fall, dass alle Klassen sich irgendwie besser anfühlen. Und ich hoffe mal, dass das Ganze gelingt. Denn alle Klassen haben ihre Daseinsberechtigung. Einige Updates zum User-Interface sind jetzt, glaube ich, nicht so die spannenden Sachen. Das sind vor allem natürlich Probleme, die es gab. Mit einigen Boss-Kämpfen gibt es wohl einiges an Fixes. Vor allem zum Butcher. Ja, gut, der tauchte auf und hat dich weggeknallt. Manchmal nicht. Auf Welttier 3 und 4 wird der Butcher auf jeden Fall nochmal deutlich schwieriger. Und da konnten wir natürlich überhaupt nichts zu sagen. Also wir haben ja nur 1 und 2, glaube ich, gespielt, hieß es. Ja, und einige Bosse haben jetzt auch nochmal eine Re-Evaluation erhalten bezüglich Nahkampf-Klassen, die gegen sie kämpfen. Das war auch Feedback, was ich wirklich wahrgenommen habe. Millie-Klassen sind im Nachteil. Das soll jetzt behoben worden sein, zumindest für die hier benannten Klassen Chort, Malnock und Weynard. Und einige weitere, die wir nicht kennen. Finde ich gut, denn teilweise hattest du als Millie wirklich Probleme, wenn du als Range einfach irgendwo stehen konntest in der Safe Zone und das drauf geballert. Auch in den Kellern gibt es einiges an Updates. In Kellern gibt es zum Beispiel jetzt eine höhere Chance, dass ein Dungeon-Event stattfindet. Wie hoch die ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie zum Beispiel in den Dungeons von 10 auf 60% sogar hochgesetzt wurde. Eventuell ist es hier ähnlich, keine konkrete Angabe. Auch gibt es jetzt immer eine Truhe als Belohnung für den Keller und ich muss sagen, das ist wichtig. Denn ich persönlich habe einige Keller gemacht, ja, dann waren die clear. Ich dachte mir so, hä, warum war ich jetzt hier für so ein paar Trash-Mobs? Überhaupt nicht lohnenswert. Sehr, sehr gute Änderung. Ja, und teilweise gab es sogar garantierte Elites, die in Kellern sein sollten. Die waren aber nicht drin und das soll jetzt gefixt sein. Generell muss man zu solchen Fixes natürlich sagen, die können im Zweifelsfall wieder rückgängig werden beim nächsten Patch. So funktioniert das dann manchmal, dass ein Fix eben einen anderen außer Kraft setzt. Das kommt leider immer mal vor. Ja, auch das Stutter-Steppen wird jetzt wieder so ein bisschen genervt. Es gab nämlich die Möglichkeit, euren Attack-Speed zu erhöhen, indem ihr dann Move cancelt. Stutter-Stepping ist ja klassisch, schießen, bewegen, schießen, bewegen, schießen, bewegen. Auf dem Jäger auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und da gab es wahrscheinlich irgendwie so einen Bug, durch den ihr dann in euren Attack-Speed erhöhen konntet. Wurde gefixt. Und eine große Änderung, das Dungeon-Resetten, das hatte einen Button, das gibt es jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Grund ist natürlich ja die schiere Masse an Dungeons, die die anderen Akte noch für uns bereithalten. Da muss man das nicht zurücksetzen, sondern man freut sich einfach, das zu machen. Auch hier wird dann nochmal am 20. April ein Stream angekündigt und um 11 Uhr PDT, unter anderem mit Hey Folk, this is Riker, with yet another Diablo 4 Content Update. Ja, schauen wir mal, was wird, kann man da nur sagen. Coole Änderung, ich bin gespannt, finde es aber gut. Genauso gut wie mein Sponsor und Partner Eneber, bei dem ich schon seit 2019 Partner bin. Da gibt es unter anderem PSN-Guthaben. Wobei Diablos, ja, ich glaube, die meisten von euch spielen schon auf PC. Gibt natürlich auch jede Menge coole PC-Games. PSN-Guthaben ist hier immer die SafeBad, 7 Euro günstiger auf 50 Euro, ungefähr 10 Euro günstiger immer auf 100 Euro Guthaben. Gerne über den Link auschecken. Ja, und auch Battle.net Gift Cards gibt es hier oder natürlich Diablo 3 in dem Fall. Die Diablo 2 Gold Edition, ja, aber Diablo 4 nicht. Würde mich dennoch freuen, wenn mir den Link in der Beschreibung benutzt. Das wäre megamäßiger Support von euch, wäre sehr, sehr cool. So kann ich meine Arbeit hier auf dem Kanal weiterführen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten und bin sehr, sehr gespannt, was ihr haltet von diesen Änderungen in D4. Bis später, euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao, Leute. Bis später. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie die Knie. Wir turnen auf Plätze erst und jagen auf Thierry. Willi hat es kalt, wie der Winter ist geliebt. Er will ja den Pferd, doch er hat sie nicht verdient. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie die Knie. Wir turnen auf Plätze erst und jagen auf Thierry. Willi hat es kalt, wie...